Hey, wir machen ganz schön Klimmzüge bei der OCO. Ganz besonders auch im Bereich Finanzen. 140.000 Euro brauchen wir fast an Kosten für die Osterkonferenz und das sind ungefähr 50 Euro pro Teilnehmer. Und Einnahmen haben wir so um die 115.000 und über die Hälfte sind Spenden und Kollektion. Hey, echt danke dafür. Und um die OCO weiter kostenlos zu halten, brauchen wir jetzt echt eure Hilfe. Danke für jeden Euro, den ihr gebt. Ist echt cool. Bis dann. Osterkonferenz 2024 erleuchtet.